ARD Text im Auftrag von Funk So, jetzt geht weiter! Jetzt kommen wir ruhig! Nice! Wo ist die Seife? Wo ist die Seife? Könnt ihr jetzt hier die schnackte Zombie-Damen duschen? Nein! 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 Einfach mal erzählen, was ich habe gesagt! Nein! Nichts, okay! Äh... Schießen! Nein! Nein! Direkten Headshot verpasst man! Vielleicht ist das ein normaler Typ! Ja! Trotz im Schuss! Ja! Ist ein Flugzeug eingestürzt usw. und hier... So wie ab und so... Ja, hier ist ein normaler Typ! So, der hat vielleicht gefurzt! Sieht nicht aus wie so... Das ist der oben linkser Laufen! Schieß doch einfach, Mann! Nein! Das Messer ist nicht kaputt! Ist das schon fast... Da ist nichts... Da ist nichts... Der lebt vielleicht noch! Das ist ein normaler Mensch! Nein! Oh! Oh! Wie fett bist du! Funktioniert ja gar nicht! Ja, so bist du fett, hast du es kaputt gemacht! Oh nein! Äh... Schießpulver, äh... Trotzdem nicht näher ranzugehen! Es geht nicht! Ich stehe voll da, wenn jetzt ganz viele Zombies gut sind! Oh! Hi! Oh! Ich glaube, die Zombies mögen unsere Hälfte! Bitte, ich weiß nicht verstehen! Ja! Komm hier! Ähm... Dann fällst du offen? Ja, ja! Hä? Jetzt ein paar Briten! Oh! Aha! Viel Spaß, Mario! Alter! Wo ist der Kopf? Äh... Wo ist der Kopf? Ja, die Pumke! Was ist der Kopf? 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 Schießen, Junge! Wo ist das nicht? F***! Spaces! Herrlich! Alter! Okay! Schieß direkt! Warte! 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 Nichts warten! So, drei, vier! Nachlan! 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 Ja, ich muss erstmal hier! Das noch! Das ist nicht tot! Nachlan! Nester rausziehen! Okay! Mama! F***! Nachlan! Hu! Alter! Easy! Wieso? F***, Alter! Hier war nichts mehr, ne? F***! Hey! Kunde Batterie! Die Taschenlaufe vergeht doch leer, Chris! Nein! Warte, warte! Hey! Petresor! Von Stars, du! Zweiter Flur, okay! Büro Westseite 1. Flur verlegt! Also, hier! Damit soll er hin! Ach man! Die Scheiße wurde auch noch verlegt! Da ist übrigens der Code! 9,15,7! 9,15,7! Ah! Nach links! Nein! Okay! Alles klar! Äh! 15,7! Wollen wir mal gucken! Wo ist das? 1,F? 1,F Westseite! Okay! Äh! Ausland M! M! Westseite! 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 Wir können auch die Ebenen wechseln! Öh! Öh! Ostseite! Was heißt in die andere Richtung? Westseite! Und da kommen wir schon rein! Also, hier ist Marvin, ne? Und da ist diese eine Tür! Ah! Und unsere Kollegen sind! Da ist diese eine Tresor! Ich erinnere mich drauf, wenn wir da sind! Ja! Oh Gott! Pfff! Weiß ich mich doch nicht! Ah! Da! Ja! Ist ok! Ah! Jetzt mal das Messer! Schieß drauf! Äh! Äh! Was? Du brauchst so ein Kabel zum Einstecken! Ich weiß nicht! Irgendwas brauchen wir da! Okay! Ah! Anschluss! USB-Anschluss! Okay! Okay! Dann kommen wir da hinten rein! Was haben wir dann da? Schöne Hände an der Waffe oder so! Ja! Da hat diese... Äh! Meg! 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 Oh Mann! Komm mit her! Ich weiß nicht! Für welche Kreative die brauchen! Also die können wir einfach so werfen! Vielleicht auch für diese großen Dingle! Oh! 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 kraut! Scheiße aussch's! Kräuter! Und warte mal! warte ist das niese, oder? Ja! die müssen wir auch noch mit nehmen! gleich! Produziert es können wir ein bisschen money给nehmen! Kannst du nicht! Doch! doch hier... die ist jetzt erst mal wieder rausgebracht! Kräuter! Nicht mit Kräuter kannst du einfach. Ah! wenn wir nicht weitergehen weiter für die grünen Kräuter ja warte oh jetzt kommen wir ja nee ich dachte es wäre ich dachte es wäre mal anders äh wir hatten noch irgendwas ne ja ja aufgeschrieben aufgeschrieben äh n nein ja genau hoch oben ja ja das hier achso da ja das hier okay okay ja 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 da genau ok ok Nein. Halt durch. Halt durch, guck mal. So. Weg. 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 Rechtsweg, rechtsweg. Nein. Aber wir brauchen es. Weit bis wir selber mit uns hinterstellt. Und wieder zurück. Äh, ja. Jetzt war das hoch. Dann wieder links rum. Jetzt bis so war es dann langsam. Aber er ist ausdauernd. Wenn ich so langsam rennen würde, habe ich auch eine Ausdauer. Dann links. Dann noch was. Dann noch was. Äh, genau. Dann noch hier das. Dann noch was? Ja, oder? Das war eigentlich. Dann noch eine weiter. Jetzt haben wir alle drei Sachen für die Statuen. Schon? Ja, da waren drei Aufsparungen. Wir haben zwei. Zwei, mindestens um die Juwelen. Ich weiß nicht, ob das Juwelen dazugehört. Ne. Ähm, beziehungsweise was brauchen wir? Das kannst du mal grad nachgucken. Seh ich jetzt unten. Beziehungsweise hier. Ah ne, hier haben wir die geholt. Genau unten bei der Statue, ich weiß nicht. Äh... Tasche brauchen wir. Komm. Toll. Okay, das öffnet sich wahrscheinlich in drei Etappen. So, dann nehme ich das mal mit. Ach, stimmt, wir brauchen nachher mit, ja. Das kann weg, das kann auch weg. Und überhalte ich erstmal. Ja. Den Rest behalte ich da auch erstmal so. Locker brauchen wir nachher die Batterie. Da reinstecken wird. Ne, ich mein, irgendwo anders für. Benutzen. Hightech. So, du möchtest gern wissen, was für ein Laufen wir brauchen? Kannst du noch mal kurz gucken? Äh... Oder tap tap tap. Wo war das? Ganz oben, ne? Und dann... Von Denki brauchen wir das da noch. Ah ja, okay. Äh, vielleicht speichern oder so, ich weiß nicht. Ah ja, bist du gut direkt. Und was wir jetzt nochmal können? Den Tresor kurz mal gucken, ne? Ja... Westseite. Äh... Und links. Obere Etage, Westseite. Links. Ja, obere Etage, Westseite. Links. Warte. Ja, unten, 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 unten. Obere Etage, Westseite. Unten. Ah ne, erster? Ja, ein F und das ist unten. Amerikanisch, äh... Etagenweise. Ja, genau hier sitzt es durch. Stimmt. Äh, ich hab's mir jetzt nicht gemerkt, äh... Ich glaub 9, 15, 7 oder so. Oder 7, 9, 15. Stimmt. Äh... Ne, nach links. Oder? Guck nochmal nach. Och ne, ich glaub das ist anders. Es ist nicht 9, 15, 7. Das sind die Zahlen, die wir nach links nach rechts drehen müssen. Ja. Ähm... Tab. Von 0 aus müssen wir 9 nach links drehen, 15 nach rechts und 7 nach links. 9, 15, 7. Versorgung, oder? 9. Links, rechts, links. Nein, noch links. 9. Hä? Hast du gemacht? Bestätig. Nein, danach muss man bestätigen. Ach so. Ja. Das wäre jetzt 9. Jetzt 15 nach rechts. 13, 14, 15. Jetzt 7 nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bestätigt. Funktioniert. Tadaa. Jetzt sieht er so ein Zombie drin. Geht doch. Yay. Und wir haben ja noch ne Götetasche im Spin. Ja. Wir sind bald mobil. So, jetzt haben wir das auch durch. Fehlt uns ne Figur noch, ne? Ja. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Äh, wir hatten oben noch ne Tür. Weißt du noch wo? Ja, zurück. Dann noch rechts. Hier jetzt hoch. Oh. Ich glaube da hat man in der Tür glaube ich noch. Wow. Oh fuck. Ah, da für das da mit den Scheiß. Okay. Okay, andere Flanke. Wir gehen jetzt wieder hin. Warte. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Fuck. Da hoch. Ah, das macht Sinn. Scheißdreck. Wofür jetzt dann? Sonst hätten wir das hier. Das ist fucking Missspiel. Und ich komm da doch nicht hin. Nein, nein, nein. Da, da. Warte, jetzt hier rechts die Tür. Alter. Hier ist die Figur. Ja, da müssen wir jetzt einfach rein. Ja. C4. Ah, was brauchen wir jetzt hier? Ein Zünder. Okay, jetzt nächste Ziel ist ein Zünder. Und da kommen wir zu dieser Stadt. Oh, die Batterie? Ja, aber guck mal. Dann komm mal die... Ist das eine Batterie allein rein? Probier's mal. Ich glaub nicht, dass das klappt. Vielleicht kommt's ja. Wir springen uns direkt in die Luft. Nein. Nein. Aber wir haben die Bank, die Schleiffläche. Ich bekomme die Bolzenschneider. Ich bekomme die Bolzenschneider. Egal. Wolli! Was mit Knopf? Ja. Ja. Jetzt müssen wir alles durchsuchen. Was ist vor dem Bolzenschneider jetzt im nächsten Mal? Keine... Ich weiß nicht, ob wir den... Ich meine auch, wir hatten irgendwo noch was offen gehabt. Äh, er hat auch was verschlossen gehabt. Wollen wir eigentlich schon? Ja. Da haben wir dann so ein komisch Ding am Boden laufen sehen. Äh, am Fenster laufen sehen. Theoretisch könnte man da eigentlich den Bolzenschneider nehmen, ne? Theoretisch ja auch. Aber nein, die sind höflich. Wo das raus ist. Scheiß Kombination. Okay, wir können ja noch weiter runter. Wir haben ja schon. Äh, kannst du das wieder rauslegen? Ne. Ach, schade. Ja. Hier kommt jetzt keine Kranzen noch. Aber ich suche jetzt... nur das Schloss. Äh, drück mal... Da können wir sehen, was... wo wir noch was brauchen. Ach so. Ja, das ist das mit der Leiter, wo wir dann halt diese... Regale vom Duschraum... Ist noch was. So vor dem Duschraum. Da waren wir gerade. Ach, da ist wieder so ein... so ein... so ein... so ein... so ein... äh... äh... ähm... äh... äh... ach... vielleicht fehlt da noch die eine... Ach, weil... Das ist der PC. Ja... Ne, ne... Ist das der PC oder ist das der, äh... Das ist der PC. Da kommen wir dann an die... Ach, an die Bank, ne? Ja, stimmt. Wartezimmer... Wartezimmer... Das ist der Tresor Wartezimmer, ja. Das ist das, wo ich dachte, wir bräuchten die... äh... 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 Dunkel... Hier wollen wir noch nicht. So wie es aussieht. Äh... Warte... Äh... 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 Da fehlt die 3. Stimmt. Ah... Ah... Vielleicht ist da noch etwas verschlossen. Ich weiß... Versprichungszimmer... Ja... O-o... Ich wollte mal runter rennen. Ich weiß... Schöne ist echt, wenn ich... Nee, ich war nächstes Safe um. Dann können wir direkt den Bordzusteiner holen. Den Bordzusteiner holen. Ja, hier. Jetzt sehen Sie irgendwo, ne? Nein, du warst doch gerade schon beim Safe um. Hier? Ja, da war das ja. Achso. Und... Achso. Dann kannst du Fischchen beichen heute schon. Und dann ist das Ombau dran. Die zweite ist vorbei. Ja? Ja. Oh. Irgendwut. Das war jetzt eine sehr lange Folge zum Durchsuchen. Toll. Aber wir hatten dieses... Krabbelvieh. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ja. Sieht auf. Gut. Warte. Cut! Sieht auf. cheese. Oh Musik Amy Da Untertitelung des ZDF, 2020